So, und jetzt gucken wir mal, ob wir die Trula finden. Auch wenn ich da gar keinen Bock drauf hab. Coole Telefon. Nein, Hilfe! Okay, das sind wir mit Araya. Das sind wir mit Araya. Oh Gott. Oh Gott, mein Herz, ey. Komm, Handy an. Geht nicht. Ich muss kurz mein Headset leiser stellen. Mich haut's da vom Stuhl. Mich haut's da vom Stuhl. Ich will mein Handy anmachen. Licht. Licht. Ich will Licht. Ich will Licht. Ich will Licht. Jump. Get out! Nein. Nichts, nix get out. Äh, doch, ja, get out. Ich will 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 da raus. Ich will raus. Ich will raus. Ich will definitiv raus hier. Ich habe keinen Bock mehr. Ich will raus. Schnell. Raus. Ja, ich bin doch schon auf dem Weg. Ich bin schon auf dem Weg. Ich bin schon auf dem Weg. Blut. Marissa. Wo bist du, Marissa? Nein. 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 Jetzt ist es ein fucking Labyrinth hier. Ein fucking Labyrinth ist das hier. So ein Mistdreck. Ein Mistdreck ist das hier. Und wehe, da kommt jetzt ein Viech. Dann renne ich wieder zehnmal in die falsche Richtung und sterbe. Hundertprozentig. Jetzt sind wir wieder an der gleichen Stelle. So ein Scheiß. Jetzt kommen die Tola wieder. Hallo. Hallo. Mülleimer. Da waren wir noch nicht. Cool. Eine Wand. Geil. Was ist da? Eine Türe. Ach Gottchen. Ach Gottchen. Und ich möchte Licht. Warum gibt es da kein Licht? Geil. Geil. Ja, komm. Dann lass mich raus. Dann lass mich doch raus, wenn du willst, dass ich Get Out mache. Äh, dass ich raus gehe. Ich will ja raus, aber wie? In einem scheiß Labyrinth da. Ja, Licht. Kailo-Licht? Nein, ich bin nicht schuld. Du bist selber schuld mit deinem blöden Verhalten. Meine Güte! Herzinfarkt! Meine Güte! Herzinfarkt! Was ist das? Ich will raus! Ich will raus! Lass mich raus! Lass mich! Nein, da will ich nicht rein. Ein Kee! Wie viele Mal hast du den Test gemacht? Oh Gott! Nicht die Reaktion, die ich aufhörte. Ich habe es nicht so gesagt. Aber ich bin nicht bereit. Du bist nicht bereit? Was ist mit mir? Ich bin sorry. Ich werde etwas herausfinden. Was bedeutet, du wirst etwas herausfinden? Ich will raus! Lass mich raus! Ich habe doch einen Kee! Lass mich raus! Ich habe einen Kee! Herrgott! Ich will raus aus diesem irren Haus! Ich will raus! 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 Boah! Krass! Fressen die uns? Seid ihr lieb? Flatsch! 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 Geil gemacht! Oder? Das ist geil gemacht! Cool! Das ist geil gemacht! Schüttel! Ich will raus! Lass mich raus! Lass mich raus! Lass mich raus! Warum geht es das nicht auf? Wir haben doch einen Kee! Hat irgendjemand von euch einen Kee? Krass! Alright! Marissa? 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 Ach, jetzt ist die Türe auf! Ok! Was ist das? Was ist denn das auf dem Boden? Ja toll. Marissa? Aria? Aria? I want to go with you. Uh oh. I love you. They all left me behind. No one! I have no one! Meine Güte, was ist das für ein krankes Spiel? Oh, toll, ein Kinderzimmer. Warum ist er im Kinderzimmer? Oh. Das ist schön hier mit den Bäumen. Hallo. Follow me. Follow the little girl. Hallo. Boah, krasse. Krasses Teil, ey. Krasses Teil. Ähm. Das versuche ich jetzt wirklich mal zu übersetzen. Und zwar. Kumantong Is the spirit of a fetus that died before they born. Born. Kumantong ist, ähm, ja, die Seele eines Fötuses, eines umgeborenen Fötuses. Und wenn der abgetrieben wird, dann wird der abgetriebene Fötus auf den Friedhof gebracht und für ein Ritual vorbereitet. Und zwar wird der geröstet und getrocknet und dann, ähm, wird er angemalt und in ein goldenes Blatt gewickelt. Und Kumantong heißt so viel wie, äh, der goldene kleine Junge. Krass. Schön hier. Come find me. Ja. I do. My little darling. Where are you? Hello. Can you guess where I am? Hahaha. Ah, cool. Oh, cool. Oh, cool. Leuchtsterne. Ich hatte ja auch Leuchtsterne, als ich klein war. Voll cool. Das finde ich heute noch geil. Leuchtsterne. Voll schön. Mann, alles zu hier. Was ist das? Ich bleib hier. Ich spiel jetzt hier noch ein bisschen. Wui. Endlich mal ein bisschen Entspannung hier. In dem Irrenhaus. Oh, ein Schaukelpferd. Hier bleib ich. Das finde ich geil. A girl's shirt. Äh, a child's shirt, meine ich. Voll schön hier. Menno. So, jetzt warte mal. Hier müssen wir rüber, ne? Ich meine, hier müssen wir... Nee, doch nicht. Wo war denn jetzt die Türe? Wo ging es jetzt lang? Nee, da ging's nicht rein. Da ging's auch nicht hin. Meine Güte, jetzt blick ich's wieder gar nicht mehr. War das hier? Hm. 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 Okay. Das hat er unterschrieben, irgendeine Rechnung. Oh, da hat es auch Leuchtsterne. Geil, guckt mal. Voll cool. Ah, jetzt latschen wir wieder zurück. Jetzt latschen wir wieder zurück. Da sind wir hergekommen. Hupsala. Ah, jetzt sind wir im Scheißhaus. Da wollte ich nicht hin. Da wollte ich eigentlich nicht hin. So, mein kleines Mädchen, wo bist du denn? Mensch, alles zu. Children's Center. Irgendwo muss es doch rausgehen hier. Jetzt sind wir wieder da. Aber da war auch keine Türe, ne? Das waren alles nur so komische... Ja. Äh. Müssen wir irgendwas finden? Haben wir irgendwas vergessen? Wie immer. Einen Schlüssel oder irgendwas. Da liegt noch was. Meningitis. Meningitis. Okay. Hirnhautentzündung. Ist das das kleine Mädchen, das wir... Ja, da ist auch zu. Ist das das kleine Mädchen, das wir finden müssen? Die mit Meningitis? Jetzt ist das offen. Cooles Zimmer. Das gefällt mir. Das ist geil. Das ist voll schön. Ich glaube, es ist ein anderes Mädchen, aber das ist gestorben. An Meningitis. Und irgendwo ging gerade eine Türe auf. Und ach, kann ich hier rein? Jetzt endlich nein. Hier hinten? Ja, genau. Hier hinten ist die jetzt auf. Juhu. Oh mein Gott. Da freut man sich und dann wird man erschreckt, ey. Och, nö. Das kennt man ja schon. Ach, nö. Ja. Jetzt verarschte mich wieder. Das kennen wir doch schon. Du kleines, freches Ding. Du kleines, freches Ding. Ja, 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 ja. Hi, 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 hi. Find three keys to open the door. Ja, bla, bla, bla. Hi, 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 hi. Da liegt einer. Da liegt einer. Da liegt einer. Wie kommen wir da rein? Mist. Mist. Mist, Hubsala. Jetzt blicke ich es wieder nicht mehr. Jetzt renne ich voll gegen die Wand hier. Da, 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 sind wir reingekommen, rausgekommen, meine ich. Ui, guten Tag. Hat hier jemand einen Schlüssel, bitte? Nö. Die sind nur so da. Oh. Ey, nee, 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 nee. Ich will hier runter. Nix mit Client. Ich will hier runter. Hat sie hier einen Schlüssel? Hallo, hast du einen Schlüssel? Nö. Schade. Kein Schlüssel. Und verschlossen. Okay, dann müssen wir wieder hoch. Das war nichts hier. Schade. Gut, dann gehen wir weiter. Zwo. Ach, jetzt sind wir in dem einen Raum. Alles klar. Happy birthday, Chloe. Daddy will come to see you soon. Hübsch. 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 Jetzt blick ich's wieder nicht. So, gerade, da geht's raus. So, einen Schlüssel haben wir. Upsala. Einen Schlüssel haben wir. Hm. Okay, da war das. Da waren die hier. Ach, da kamen wir her. Meine Güte. Okay, könnten wir das hier aufmachen? Nein. Ich glaub, wir müssen runter. Ich glaub, wir müssen runter. Ja. Okay, warte mal. Wo geht's hier runter? Hier. Da vorne geht's runter. Ja. Ja. Oder auch nicht. Da gucken wir mal, ob wir da hinten drüber kommen. Aber ich glaube, das ist zu. Ja. Das ist zu. Können wir da an der Seite entlang? Nee, da können wir gar nicht entlang. Mist. Manu. Jetzt dachte ich, wir könnten da mit dem Schlüssel die Türe aufschließen, aber das geht nicht. Schade. Ja, da ist auch nichts. Schade. Wo müssen wir denn hin? Manu, ich hab kein Bock auf Rätsel. Mond. Wir haben jetzt den Sonnenschlüssel. Dann brauchen wir noch Mond, äh, den Stern. und dann machen wir da. Wow. Oh. 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 Was geht? Was geht da? Was geht da? Ah, okay, ich glaube, wir brauchen, ich glaube, wir brauchen alle drei Schlüssel, oder? Ja, meine Fresse, was geht da? Oh Gott. Okay, meine Lieben, ob wir die Schlüssel finden oder nicht, das sehen wir in der nächsten Folge und hoffentlich sterben wir nicht mehr. Ja, bis dann. Ciao.